das ist er ja das ist wir haben zweimal den gleichen tempel gefunden hat mir irgendwer keine diamantbrustplatte nein guck bei mir in der kiste da müsste eine sein dann die das noch keine oder doch ich habe eine an ja weil ich habe nämlich gerade unnötigerweise einige bastelt nein ich habe einen bogen liegen lassen für dich ja aber ich habe auch einige drin liegen ach so ja ich habe meine nicht an wenn deine benutzt ist dann passt es doch denn ich habe es ja mal eine kiste drin liegen muss ja dann ziehe eine an das ist okay also hier ist erfolglos dumme skelett so gerade das hinter ist skelett geschlagen ich nein dann haben die sich gerade gegenseitig angegriffen jetzt hör auf den tempel anzuzünden das dennoch brennen der ist im falschen gott gewidmet also wir haben immer noch keine dinge gefunden ich sage immer noch hause tun neu auf munitionieren und laufen in die andere Richtung also ich brauche nicht neu auf munitionieren ja ich brauche noch mal ein schweres lass uns den endermann noch mitnehmen das ist ja genau endermann killen immer schön auf dem weg da ist er wo da da haben wir uns ins wasser ich habe angeguckt ich habe noch genauso angeguckt komm schnucki putz kämpfst du schon mit dem ne ich bin auf der anderen seite vom wasser dann wo ist er da nehmen ja nehmen verlinkst choir commits viel blacker wo n sehr noch nicht sch box keine perle er würde kein Foto für dich gehabt nur noch kurz auf dem Erbkuchen welche Richtung wir müssen wo müssen wir hin er hat 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 er ist jetzt blöd dass ich die Dinge überlagern er hat die koordinatentechnische auch oder was nur will ich eigentlich Prozent kleiner Moment auf Anni ganz immer kurz die Koordinaten sagen Prozent ungefähr bei 190 318 12 also zwölf bin ich gerade aber das ist ziemlich in der Nähe dann müsste das die richtige Richtung sein da gehen wir ein Löcher muss man erholten Entschuldigung hier hat es doch auf lautlos Löcher muss man erkunden ja haben wir genug zu essen ja haben wir ich habe noch 13 steaks ja ich habe noch neun ja ich habe noch ein paar ungebratene und Hühnerfleisch und alles zu Not halten wir kurz an und Dings tun das braten ja wir haben wir stein wir haben Kohle wir können ja rasten ja genau wir haben Wolle das finde ich ein bisschen pissig oder pisst mich ein bisschen an an Minecraft wenn du dich über Nacht hinlegst dann brennen deine Öfen nicht wirklich weiter was? ne? die brennen nicht weiter ne die brennen nicht weiter ja dann der Fortschritt wird halt nicht schneller dadurch ja nicht schneller aber der geht gar nicht voran ja so ist ja auch klar irgendwo man die auch ja aber wenn ich nachts oder abends ein Feuer mache dann ist doch irgendwo auch klar dass das brennt ja aber da wird halt einfach nur die Zeit vorgedreht und es wird nicht mit eingerechnet äh finde ich schade ich werde dich bei Notch wüssten du äh ich bin auf die andere Seite gelaufen ach da runter muss hier aber ein bisschen Lava trocken liegen also ich seh die Lava aber wo bist du? andere Lava eventuell also ich bin jetzt da wo wir reingekommen sind Hasenbubs hier da da oben hat es noch massig Eisen da oben hinter dir du musst drunter durchlaufen da vorne äh du was war jetzt das? ah die hat Schluck auf ach so dann hat er wieder Erdnüsse gegessen ja bereits aber sonst heute morgen hat sie mal in den Arm so deftig gejuckt wegen den Scheißdingern gestern du hast doch nur ein paar gegessen weisch ich fress da ne Packung ja das ist doch scheiße wenn du die Dinger magst eigentlich aber du bist halt allergisch dagegen ja also ich bin den Gang weitergelaufen gar nie ne welchen? ja da wo ich war aber hier ist glaube eh keine Sackgasse coole Sache ja lol die Waypoints aus der alten Map hälfte hier wird ein da habe ich gesehen gar nie hier wo? hast mich gerade fallen gesehen links hinter dir komm zurück links hin zurück hallo so gehen wir vamos go jajaj alter hm aber ich glaube für dings sind wir zu 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 weit oben für ich hüpf jetzt mal hier runter ne hallo kann man mitkommen ja keiner da na gut ein halbes herz geh mal hier lang und hier ist Sackgasse Sackgasse? wir haben da ein Loch gefunden und sind da reingegangen hier ist morgelig warm das auch kommt ne ne das macht ich laufe gerade neben Lava das ist mir warm genug okay jawohl du hast dich lass ich gerade explodieren ich habe ja noch neun tnt blöcke die kriegt nachher unser minenmeister die ehne um ein ding weg zu sprengen ja krabbel ne Kies oder sowas nur Erde wenn so ne große ansammlung ist Creepo Simon hier sieht gut aus hm ich bin schon weiter gelaufen ja ich bin in die andere richtung weiter gelaufen okay dann viel glück glück auf naja äh warte wie sagen die falschen Jäger glück ab ich hab keine ahnung ich war nie bei den falschen Jägern ich glaub die sagen glück ab hab ich heute glück die 1940 haben was anderes gesagt ja ha 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 Andi du übertreibst wieder weich hallo was warum übertreib ich es hallo servus malzeit alter ist das eine riesenhöhle ich hoffe wir verlaufen uns nicht also wirst du dich verlaufen garantiert wenn du das sagst ja ich verlaufe mich doch immer in Höhlen user in your channel time out lol oh jetzt weiß ich warum hallo ah gani hat time out ja der wird glaube ich wieder kommen hast du grad Zeit ihn zu kicken ah ist schon weg auf jetzt nur aufpassen wann er ins TS kommt wenn man wieder runter zieht wirst du das wirst du das ja ich hab doch auf dem zweiten monitor TSE immer offen ach so und ich kann ja raus wechseln weil ich ja minecraft nicht ein fullscreen habe ne ne also ich drück nicht auf 11 ich hab's im fenster modus deswegen kann ich raus wechseln ohne dass craps aufhört ok hallo skelett für den freiflug enderman aber ne Höhle greife ich dir nicht an warte mal sturm wo hingehen wo es 2 hoch ist alter wie viel scheiß kohle da ist f*** dich doch abbauen die pp auf 30 können wir ja schon verzaubern ne also ich würde wenn ich 30 hab was verzaubern dann ist nicht so schade wenn ich dann verreck ah ja es wird ja ja ich hab auch meine fußplatte schon verzaubert ach vielen dank dankeschön wlan zusammenbrochen frag mich nicht warum warum weil meine scheiß verfickten kleinen Stiefbrüder